Liebe Kärntnerinnen, liebe Kärntner, morgen finden in eurem Bundesland Gemeinderatswahlen statt. Ich war auch einmal Gemeinderat und Ortsabmann und weiß, wie wichtig diese Aufgabe ist, wenn es darum geht, sich für das Wohl der Gemeinde einzusetzen. Wir haben in diesem Land besonders gute Kandidaten. Die Kärntnerinnen und Kärntner sind ja besonders heimatbewusst. Das habe ich auch gesehen bei der Bundespräsidentenwahl. Ich darf euch bitten, unsere Kandidaten und Kandidatinnen für den Sonntag mit eurer Stimme zu unterstützen. Alles Gute, euer Norbert Hofer.